gut und herzlich willkommen zurück im ls 22 auf der alten stein ja wir sind immer noch im winter und es schneit war jetzt mal endlich noch das milchfass weg bringen hier und dann denke ich wenn man ein bisschen missionen machen wir haben es ja etwas geld aber wir wollen ja noch ein bisschen ausgeben insofern wäre das nicht schlecht und weiter schön hier rein nach versagt dann wenn wir mal drehschemel langsam fahren passt das gut sagen bevor wir jetzt auch eingeschneit werden muss man hier mal ganz schnell so schon hier einmal hier in die halle rein da wollen wir mal gucken was für schöne missionen es gibt welche wir dann annehmen ich hoffe die haben eine mission mit dem geschlossenen traktor denn wir wollen uns ja nicht den popo abfrieren wo sind sie dann hier okay keine lohn dienstleistungen damit hat sich das erledigt würde ich mal sagen ich habe doch missionen gesehen gehabt gibt aber jetzt vielleicht waren die auch nur bis mittag drin oder bis zum zehn uhr oder ich habe sie gestern übersehen kann natürlich auch sein so da der motto aus welchen gründen auch immer noch nicht zu mich futter anlage kam habe ich jetzt weg gemacht und jetzt haben wir mich futter hier haben wir zwei schöne teilchen einmal für schweine futter mais sonnenblumen und kartoffeln und unser misch futter für unsere kühe die werden wir demnächst natürlich auch in betrieb nehmen aber gut das finde ich aber nicht nett dass man hier jetzt unsere hühner legen deutlich gut eier die rennen ja auch hier ok hier hinten ist offen hier vorne ist ja auch offen denen geht es ja soweit gut uhr nahrung 351 müssen wir doch mal nach unseren tieren gucken vor lauter übernacht aber die sind jetzt so wenig geworden und brauchen immer noch so viel bei den ferkel geht es noch oder bei den schweinen da haben wir ja ordentlich nachwuchs gekriegt jetzt hoffe ich dass die kühe noch hinterher ziehen das wäre ja mal schön und ja im winter fressen die ganz schön viel aber gut und außerdem futtermischer wollen wir doch gleich mal gucken welches feld wir uns noch können noch haben wir ja ein bisschen geld und ja hier oben in dem bereich wäre was was ich gerne hätte die 10 ist auch nicht so klein aber gucken ob da eventuell gras drauf ist ne da ist gar nichts eingesehen die könnte man im frühjahr also einsehen und das ganze ding kostet 26.000 aber hier ist zeigt der schluffiger ton an auch schluffiger ton 77 lehm und schluffiger ton wir sitzen hier mit der 13 da ist mehr leben dabei und die 8 die wäre natürlich schöner was denn da drauf auch nichts dann nehmen wir die 8 die ist vom ertrag her wenigstens besser dann kaufen wir die natürlich die kostet fast 30.000 sind auch 0,6 hektar aber das ist uns wert so und die bodenbogen ja wie in der ansicht richtig gesagt lehm und sandiger leben damit kann man doch gut zurecht kommen was müssen wir mit deren machen ist die eigentlich die liegt nur brach oh ph wert ist gut relativ gut stickstoff ja das heißt düngen müssen wir damit können wir auch leben und die ist die sogar gekruppert da brauchen wir auch nichts zu machen das ist doch schön da haben wir alles schon erledigt dann gucken wir mal nach unseren gewächshäusern und genießen hier die weise pracht denen geht es gut also der mist da hinten den kriege ich auch nicht mehr weg warum auch immer dann bleibt er da liegen die ferkel schon wachsen auch gut könnten wir eigentlich schlafen bis zum nächsten tag und hoffen dass da die nächsten missionen kommen ich habe eine mission gesehen mit einem schönen ah bis 9 uhr mit einem schönen großen deutsch gruppa mission aber es ist uns vergönnt so 27 euro verkaufte tiere große nachfrage beim hofladen und beim kramerwert das ist doch mal was haben wir jetzt schon wieder hühner bekommen oder was was für tiere hat denn der verkauft ja deswegen wir haben männliche und weibliche küken hier am hühnerstall schon also da hat es nochmal ordentlich nachwuchs gegeben unsere kühe machen nichts ok die hühnerstall ist gut ausgelastet und auf der hühnerweide hat es 113 und 118 küken gegeben respekt da haben sie aber zugeschlagen und noch immer keine lohndienstleistung aber der schnee hat aufgehört alle können wir unser neu erworbenes feld gleich mal noch düngen wir sind ja schön dick angezogen und mit dem eicher klappt das und genießen wir das das schöne sonnige wetter was für eine schwierige sprache hier so aber es ist noch teilweise hier das gras ganz schön weiß vom schneefall aber das macht nix so hängen wir den mal dran aber füllen mag er nicht gut dann füllen wir den von hand auch maus so jetzt mach ich es einfach jetzt lass ich ihn ab so jetzt brauchen wir es nicht mehr so hoch zu halten da klappt es ja schon mal und dann bereiten wir unser feld 8 entsprechend vor und dann müssen wir noch viel viel sehen ab märz kann man sehen also dann sind wir wieder ausgelastet mehr wie genug mal gucken vielleicht bis dahin noch ein düngerstreuer holen hätte ja gern in größeren aber ich will gar nicht wissen was die kosten glaube ich machen wir dann hier düngerstreuer die größe haben wir zurzeit da geht schon mal das doppelte rein 18 meter geht für kalk und dünger und das mit 3450 in schnapper und da gehen 1 bis 1,7 kubik rein in die gehen 700 bis 1000 liter 250 kilo wiegt der und kostet aber auf 15.000 na ich denke dass wir den kleineren dann nehmen der reicht für uns so von der masse und wir hätten vielleicht noch geld für ein feld übrig jetzt muss man erstmal gucken woher und dann unser neuerwerb ist er kommt dann hier auf der linken seite so aber unkraut belastet da müssen wir dann unbedingt mal was tun bleibt immer stehen und arbeitsbreite so wieder das hin und her guckt problem aber dann wird man gleich noch dünger draufhauen jetzt wo die sonne rauskommt taut der auch schön dann läuft das ja müssen wir uns nur noch überlegen was wir drauf pflanzen und wahrscheinlich wenn man wenn man tünge wenden die hier tünger kaufen beziehungsweise ein dünger streuer werden wir wahrscheinlich gleich noch mal futter für unser hühner schon kaufen können weil die am hof haben ja nicht mehr viel da der nachwuchs so stark läuft besser wie gedacht müssen wir uns überraschen lassen wie weit der hält vor allem wenn jetzt schon schon wieder so viel küken da sind wir müssen ja erstmal wachsen hier unseren stall quillt über glaube ich da müssen wir unbedingt was tun ja bitte warten sie danke passt doch fast perfekt aber wenn ich hier die letzten bahnen drehe wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag bis zum nächsten mal macht's gut tschüss und dann rein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020